Schönen guten Tag, ich bin der Uli. Ich wohne jetzt hier auf Sao Tome und im Prinzip ungefähr 1,5 Jahre und lebe hier und arbeite per remote über Internet. Ich bin vom Beruf her Geschäftsführer einer Internetfirma, einer kleinen Firma in Deutschland. Irgendwann im Jahr 2020, das war kurz vor Ausbruch der Pandemie, da schaute ich so ein bisschen Richtung Äquator und stieß dann auf diese Inseln Sao Tome und Prinzip. Das erste, was ich da erkennen konnte, war, dass dort auch Portugiesisch gesprochen wird. Das passte mir ganz gut. Ich spreche Portugiesisch, weil ich ein Jahr in Brasilien gelebt habe und auch Fließenspanisch spreche, sind ja sehr verwandte Sprachen. Ich bin dann erstmalig im Oktober 2020 dann hier angekommen. Ich hatte mir hier drei Wochen was gemietet, hatte einen Mietwagen und der erste Eindruck war, dass ich einerseits überrascht war, weil das Land ist wirklich sehr simpel, strukturiert. Die Ansprüche der Menschen sind sehr gesenkt und entsprechend die Gehälter und die Lebensweise sehr bescheiden, simpel. Ein normaler Arbeiter verdient hier, wenn er schon gut verdient, 100 Euro im Monat und das kann dann so bis 300, 400 Euro hochgehen, aber dann ist man schon bei den Superverdienern. Entsprechend ist die Kaufkraft auch sehr gering und die Menschen können sich wenig leisten und entsprechend legt man auch Wert auf Kleinigkeiten. Es sind schon harte Verhältnisse, aber da ich auch ein Freund davon bin, mich etwas vom Konsum abzukehren, habe ich hier die Chance gesehen, diesen Weg noch etwas auszubauen und zu sagen, wenn jetzt mal das Produkt, was ich unbedingt benötige, nicht vorhanden ist, dann ist das nun mal so. Da muss man das akzeptieren. Wir sind hier auf einer Insel, alles muss im Prinzip importiert werden und das meiste kommt eben auch dann aus Portugal, weil São Tomé im Prinzip eine ehemalige portugiesische Kolonie ist. 1975 haben die sich losgelöst von Portugal und seitdem ist es eine Art von freundschaftliches Verhältnis, was da besteht. Und auch so die Kultur, die man hier so erkennt, die europäische, ist auf jeden Fall eine portugiesische Kultur. Es gibt Häuser, die sind auf europäischem Niveau gebaut. Es sind nicht sehr viele, vielleicht 100, 150 auf der ganzen Insel. Aber wenn man sucht, bekommt man auch eins zur Miete. Ich kann ganz offen sagen, ich zahle hier jetzt für ein Haus mit 1000 Quadratmeter Grundstück. In dieser Pandemiezeit zahle ich 1000 Euro Miete im Monat. Normalerweise wäre dieses Haus so bei 1500 Quadratmeter. Also die Preise, Mietpreise für gehobenen Standard, für europäischen Standard sind fast so wie in Deutschland. Es wird ein bisschen drunter. So ein Haus hier in Deutschland für 1500 Quadratmeter wird schwierig zu bekommen. In Deutschland würde dieses Haus vielleicht zwei, zweieinhalbtausend Euro im Monat kosten. Diese Hauptinsel hier, São Tomé, ca. 200.000 Einwohner, besteht aus einer größeren Stadt und vielen kleinen Dörflein. Die Hütten, nur Baracken, würde ich nicht empfehlen. Die Stadt hier hat 80.000 Einwohner. Wie soll ich es beschreiben? Vielleicht wie Portugal vor 40, 50 Jahren. Also ungefähr so muss man sich das vorstellen. Prinzipien hat übrigens nur 20.000 Einwohner und die größte Stadt auf Prinzipien hat entsprechend also um die 8.000 Einwohner auch nur. Dort kommt man sich eher so auch wie auf einem Dorf vor. Von der Natur sind beide ähnlich gestaltet. Viel, viel Wald und auch kleine Bergstrukturen, wobei Principe fast komplett bewaldet ist. Ein Maisfeld oder ein Kornfeld oder auch mal eine Ackerfläche findet man auf Prinzipien fast nicht. Das ist ein Naturparadies, Berge und Wald und Strände. Die beiden Inseln liegen 150 Kilometer weit entfernt. Es gibt da tägliche Flüge, immer einen Flug und der dauert so 40 Minuten. Der Flug kostet ungefähr 100 Euro. Das heißt also, man kann auch, wenn man möchte, auf beiden Inseln ein Standbein haben und kann dann ab und zu mal wechseln. Das ist bei mir der Fall derzeit. Ich habe also ein Haus hier gemietet, wo ich jetzt gerade sitze und habe ein kleines Häus hier noch auf Prinzip gemietet. Was noch zu sagen ist, die Nähe zu Angola vielleicht. Angola ist ein hoch industrialisiertes Land, ein sehr reiches Land, in dem auch Portugiesisch gesprochen wird. Und Angola sieht diese beiden Inseln so ein bisschen als die Urlaubsinsel von Angola an, obwohl es ja nicht der Fall ist. Also verbunden sind diese Länder nicht, sondern eher nur durch die Kultur, Musik und Sprache. Aber es ist vielleicht so ein bisschen so, wie die Deutschen Mallorca ansehen. So sehen die Angolaner so ein bisschen diese beiden Inseln ja auch an. Es gibt sicherlich Partys, es gibt auch Diskotheken und die Partys gehen sicherlich auch mal bis 5, 6 Uhr morgens. Aber das sind dann vielleicht so um die drei bis vier Orte, Diskotheken, vielleicht fünf, die es hier gibt. Aber danach dann sind es eigentlich nur so Bars, die dann bis Mitternacht aufhaben, auch nochmal so drei, vier, fünf Stück. Aber es ist jetzt nicht irgendwo sowas Vergleichbares wie Mallorca oder auch nicht Brasilien, wo ständig Musik und Highlife etc. angesagt sind, sondern es ist eher fast portugiesisch strukturierte Gesellschaft mit normalen Tagesabläufen, mit Schule, mit weiterführender Schule, mit dann später Beruf, mit Kirchen, mit Kirchengängen. Also eine ganz normale Lebensart, wie wir sie aus Europa eigentlich auch kennen. Ja, in dem Sinne ist es auch sicherlich eher was für Menschen, die vielleicht schon etwas älter sind. Die ganz Jungen werden sich hier vielleicht doch etwas langweilen. Ja, was ist mit den jüngeren Leuten, die sich hier sesshaft machen wollen und die aber auch dann entsprechend Sport und Fun und Party suchen und solche Dinge. Wie gesagt, das gibt es hier. Man muss sich an die Musik etwas gewöhnen. Dieser Kizomba-Rhythmus getanzt wird ja auch sehr viel. Wenn man dann sich an diese afrikanischen Rhythmen gewöhnt, kann man hier auch Spaß haben, nachts durchfeiern. Nur auf den Partys beginnt man meistens auch dann in Einheimischen oder eben Portugiesen und beide sprechen eher wenig Englisch. Das heißt generell auch für alle Typen von Auswanderern, man muss sagen, dass man hier eigentlich Portugiesisch wenigstens in Grundzügen lernen muss. Mit Händen und Füßen, englische Brocken, das ist hier ein bisschen schwierig. Portugiesisch ist aber eigentlich auch eine relativ einfach zu erlernende Sprache. Wer also schon Vorkenntnisse hat in Spanisch oder in Französisch oder Italienisch, ist im Portugiesischen relativ schnell drin. Wer also schon Vorkenntnisse hat in Spanisch oder Italienisch. Die Rentner, was haben die für Vorteile? Also ich hatte es schon angesprochen, es gibt die niedrigen Hausmieten hier. Könnte ja sein, dass sie sich hier zur Ruhe setzen wollen, dass sie in Deutschland eine Rente erhalten und einfach den Großteil ihrer Zeit im Ausland verbringen wollen und dort zur Ruhe kommen. Ein Ehepaar könnte für 300 bis 400 Euro im Monat hier ohne Probleme ein kleines Häuschen finden. Natürlich sind die Preise, wie gesagt, nach oben offen, aber generell sind die Mieten hier niedrig. Die Lebensmittelversorgung ist hier natürlich vom allerfeinsten. Es gibt frischen Fisch jeden Tag direkt aus dem Meer, wo kaum Tanker oder irgendwelche großen Schiffe herfahren, um das Wasser zu verseuchen. Also wir haben hier auch wirklich eine sehr naturgesunde Umgebung. Und der Fisch ist nach meiner Meinung der beste, den man eigentlich bekommen kann. Gemüse wird hier eher weniger angebaut, aber man muss dann halt auch mal schauen. Vielleicht gibt es mal ein, zwei Tage keine Tomaten, aber normalerweise bekommt man hier auch selbst auf der Insel angebautes Gemüse. Wir haben hier eigentlich permanent 23 bis 32 Grad. Man friert nie und es ist eher seltener mal wirklich zu heiß oder zu drückend. Und zudem haben wir hier direkt am Äquator sehr viele Wolken. Und das ist für die Pflanzen zumindest das optimale Wetter. Das heißt, wenn die Pflanzen sich wohlfühlen, dann müsste es eigentlich den Menschen ja auch ganz gut gehen. Wenn es mal dazu kommen würde, dass man Pflegekräfte braucht, die sind hier wie gesagt sehr günstig, 60, 70 Euro im Monat. Da hat man eine Vollpflegekraft, die wirklich auch sogar zu Hause wohnen würde. Das ist ein Traum hier. Ja, jetzt kommt der große Nachteil, die medizinische Versorgung. Man kann hier ganz normal zum Arzt gehen. Man kann alle möglichen Untersuchungen machen lassen, wie man es so kennt aus Deutschland. Und man bekommt dann auch eine sehr gute Diagnose. Nur wenn es dann darum geht, dass man dann spezielle Krankheiten behandeln soll. Die Medikamente müsste man bestellen aus Portugal oder aus Deutschland. Das Riesenproblem ist, was passiert im Notfall? Was ich hier so gesehen habe, ist an medizinischen Geräten die Versorgung nicht sonderlich gut. Das heißt also, wer zum Beispiel auf Geräte dann angewiesen sein sollte, die irgendwann, die auch permanent jemanden am Leben halten. Da sieht sie hier schlechter aus. Und der Nachteil hier für die Rentner sind die relativ langen Reisewege. Man braucht also drei Stunden bis nach Lissabon mit dem Flugzeug. Und dann braucht man nochmal ungefähr sieben Stunden bis Sao Tome. Und wenn man auf Prinzip lebt, dann müsste man nochmal einen Flug hinten dran hängen. Der braucht nochmal 40 Minuten. Das heißt also, ein relativ langer Reiseweg. Ansonsten, also ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ich habe in sehr vielen Ländern gelebt und es ist sowas von relaxed und ruhig hier. Das Essen ist gut, die Menschen sind lieb und freundlich und hilfsbereit. Also ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, alt zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein paar Tipps oder ein paar Anregungen für die Leute, die hier sich auch noch betriebswirtschaftlich betätigen müssen, weil sie nichts Gespartes haben oder weil sie eben aus Deutschland auch kein laufendes Einkommen haben. Ein Unternehmer, wenn der hier beginnen will, was reizt ihn hier? Die Löhne sind sehr niedrig. Ein Gärtner oder Maurer oder Schreiner, der verdient hier normalerweise 100 bis 150 Euro im Monat. Der Vorgesetzte dann, ein Teamleiter im Bereich Schreinerei, sagen wir mal, würde dann so 300 Euro im Monat verdienen. Eine Putzfrau verdient normalerweise hier so um die 70, 80 Euro im Monat bei Fulltime. Das heißt teilweise sogar sechs Tage die Woche und dann teilweise auch zehn Stunden am Tag. Teilweise wirklich unmenschliche Verhältnisse. Deswegen, wenn ich hier jemanden einstelle, zahle ich überdurchschnittliche Gehälter und lasse auch überdurchschnittlich viel Freizeit. Ja, was ist noch ein Anreiz? Das günstige Land hier. Ein Quadratmeter Preis von zehn oder fünf Euro ist da schon ganz normal. Kommt immer noch natürlich darauf an, wo es jetzt liegt. Also letztens wurde hier ein Küstengrundstück angeboten, zweieinhalbtausend Quadratmeter für 25.000 Euro. Das sind so Schnäppchen, direkt mehr, mehr Blick. Aber von denen gibt es auch nicht sehr viele und die sind auch schnell weg. Aber mit wenig Geld kann man hier eigentlich noch recht viel erreichen. Das Rechtssystem ist relativ verständlich, da es an das portugiesische Rechtssystem angelehnt ist und auch zum deutschen Rechtssystem Parallelen hat. Die Aufenthaltsgenehmigung hier zu erlangen ist auch relativ einfach. Was man haben muss, ist eine Firma gegründet haben und man muss ein polizeiliches Führungszeugnis aus Deutschland vorlegen. Kleinkrams, kleiner Behördengang dort, kleiner dort. Aber das sind die beiden wichtigsten Dinge. Die Firma braucht natürlich ein Stammkapital. Und das Stammkapital ist das Minimum so 5.000 Euro, die man, glaube ich, einlegen muss. Ich glaube, auch nur 1.000 reichen auch schon. Man sollte natürlich auch ein wenig Investitionskapital mitbringen. Wenn man hier eine Bar betreibt für die Einheimischen, die also alle weniger betucht sind, kann man sich auch damit eigentlich nicht über Wasser halten hier. Das heißt also, der Absatzmarkt hier ist bei den höher betuchten Menschen, die hier also wirklich schon über 1.000 Euro im Monat irgendwas verdienen, das sind wenige, oder eben bei Touristen. Aber der Tourismusabsatzmarkt hier, der Markt ist stark umkämpft. Also es gibt Hotels, es gibt, wie gesagt, Bars, die sich auf Touristen spezialisieren, die dann auch westliches Essen anbieten, westliche Getränke, westliche Cocktails. Aber gerade im Bereich Musik, Live-Musik ist hier Bedarf. Ansonsten ist dieser Absatzmarkt schwer umkämpft. Das heißt also, wenn man hier irgendwie ein Business hochziehen will, dann sollte der Absatzmarkt eigentlich im Ausland liegen. Das heißt, man produziert hier und verkauft die Produkte dann im Ausland. Ich habe hier eigentlich Feuer gefangen, als ich das erste Mal auf Prinzip war. Das Lustige auf Prinzip ist wirklich, es ist Wald, Wald, Wald. Die paar Häuser, die da stehen, die Hütten, die da stehen, sind aus Holz. Gekocht wird noch auf Holzkohle etc. Also das ist schon wirklich sehr archaisch. Ach ja, ich. Gleichzeitig gibt es aber auf Prinzip schöne geteerte Straßen. Und es gibt gepflasterte Straßen, die zu den schönsten Stränden mit der Welt führen. Und diese Kombination, da dachte ich mir, mein Gott, das ist ja behindert. Dieser unberührte Urwald mit diesen Straßen und den Stränden und mit diesen wenigen Menschen, die dort auf dieser Insel wohnen, das fand ich umwerfend. Und gleichzeitig hatte ich mich schon ein bisschen an meine Jugendzeit erinnert. Ich bin in dem Dorf Heiden aufgewachsen und auch so 8000 Einwohner. Ein kleiner Kirchturm, eine Bank, zwei kleine Tante-Emma-Läden. Also sehr, sehr, sehr idyllisch, dörflich. Ich habe mir dann also dort ein Grundstück gekauft an der Küste. Mich reizt einerseits diese Natur, die es auch zu erkunden gilt. Also der Wald ist ein immenser Wald. Und in diesem Wald gibt es eigentlich keine tödlichen Tiere. Normalerweise gibt es giftige Schlangen, gibt Tarantulas, Skorpione, irgendwas. Im Prinzip kann man im Wald schlafen. Und das ist schon irgendwie ein Luxus, den ich so aus Urwäldern her nicht kenne. Das hat mich irgendwie auch stark angezogen. Ich will mich da sesshaft machen, naht von Selbstversorger, Grundstück und Haus aufbauen. Ich bin ungefähr drei Kilometer von dem Hauptdorf entfernt, an einer idyllischen, gepflasterten Straße, die bloß halt brach liegt, weil dort niemand mehr wohnt. Aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Ecke, um sich da anzusiedeln. Ich würde mich sehr freuen, wenn Menschen auf mich zukommen würden. Ich bin gerne bereit, diese Auskunft zu geben. Ich bin auch gerne bereit, jeden, der dort mal zu Besuch kommen will, herzlich zu empfangen. Und ich bin auch bereit, jeden, der dort sich ansässig machen will, dabei zu helfen, den ganzen Bürokratie-Krams abzuwickeln. Wir haben hier einen Anwalt, der spricht Deutsch. Der kann das übernehmen, wenn man ihn bezahlt. Man kann die Behörden gegen ihn aber auch selbst machen. Aufenthaltsgenehmigung hier mit allem Drum und Dran auf zwei, drei Jahre würde ungefähr 1500 Euro kosten. Gut, dann mache ich jetzt mal Schluss. Und ich hoffe, ihr genießt noch ein wenig die Bilder von Principle. Gut, dann geht's. Gut, dann geht's. Gut, dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020